Rote Rosen, Schwanger. Franka und Marvin bekommen ein Baby. Mit dieser Schwangerschaft hat bei den Roten Rosen niemand gerechnet. Dies ist eine besondere Liebesgeschichte der Roten Rosen. Marvin und Franka sind nicht nur ein paar Jahre voneinander entfernt, sie haben vor allem unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Marvin macht deutlich, dass er Franka liebt und mit ihr zusammen sein möchte. Aber sie kämpft mit ihren Gefühlen und der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Marvin will nicht länger im Dunkeln tappen und lässt sich daher zunächst auf eine Beziehung mit Lala ein. Ihr Flirt dauert jedoch nur kurze Zeit, da er Franka nicht aus dem Kopf bekommt. Seine Beharrlichkeit würde bald belohnt werden. Während des Abendessens mit Merle landen die beiden zusammen im Bett und können die Finger nicht voneinander lassen. Retros, Marvin wird geschlagen. Was zunächst wie eine gute Nachricht klingt, endet in einer Katastrophe. Franka verpasste einen frühen Liefertermin und die gerade gelieferten Pflanzen wurden gestohlen. Sie hat das Gefühl, dass Marvin sie aus den Augen verliert und möchte die Affäre beenden. Dort kommt ihm die Idee, dass er seine Liebe beweisen will, indem er den Dieb von Frankas Pflanzenlieferung schnappt. Die Taten schlugen jedoch fehl und er wurde von den Räubern schwer geschlagen. Rote Rose, Franka und Marvin werden ein Paar. Glücklicherweise scheint alles gut zu laufen, wie die offizielle Vorschau zeigt. Marvins Versuche, Frankas Herz zu gewinnen, gehen also weiter. Für die Veranstaltung Stadt der Zukunft übernahm er geschickt die Verantwortung für die Gastronomie im Gartencenter. Er ist Franka vor allen Gästen. Aber das ist nicht alles. Der Geschäftsmann ist überfordert und beschwert sich bei Carla über den forschen Azubi, was sie sehr verärgert. Marvin ist zutiefst enttäuscht und kommt mit Frankas Unentschlossenheit nicht klar. Es ist Tamo, sein Halbbruder, der die Wende schafft. Er kommt zu Besuch nach Lüneburg und Franka ist beeindruckt von Marvins Fürsorge für sie. Als er sie jedoch als Liebhaber bezeichnet, fühlt sich Franka unter Druck gesetzt. Sie beschuldigte Marvin, Tamo benutzt zu haben, um sie zu bewegen. Er ist unklar, wie Tamo die beiden letztendlich in Einklang bringen kann. In der offiziellen Vorschau heißt es, Marvin ist überglücklich. Franka hat sich endlich offiziell für ihn entschieden. Andererseits ist Julius skeptisch, dass eine starke Bindung für seine freiheitsliebende Schwester nicht geeignet ist. Doch vor einer festen Beziehung will Franka nicht länger davonlaufen. Doch dann erfuhr sie, dass sie schwanger war. Wie das Paar auf die Nachricht reagiert, werden wir in den kommenden Wochen bei Rote Rosen sehen. Wer keine Folge verpassen möchte, schaltet die ARD immer montags bis freitags um 14.10 Uhr ein. Alternativ können sie die Folge auch 30 Tage nach der Ausstrahlung in ihrer Mediathek abrufen.